Hallo YouTube! Guckt in meine Nasenlöcher, die nicht vorhanden sind. Willkommen zurück zu It Takes Two, Folge... Fünf? Fünf, ja. Es müsste Folge Fünf sein. Willkommen, willkommen. Wir... Oh, ich hab da hinten übrigens wieder den Bug. Wir gehen jetzt mal weiter und suchen mal die Wespen, die wir eigentlich schon wahrscheinlich hätten treffen müssen. Oh, oh, oh. Ähm. Weil du geschossen hast. Oh! Okay, da kommt noch eine. Oh, das Gute ist, dass die, wenn die schwer sind... Oh! Äh, äh, die eine ist hier bei mir oben. Ja! Das Problem ist, wenn die nicht... Auto-Aim ist nicht so gut in diesem Spiel. Eine noch. Äh, warte. Warte, warte. Weiß ich es nicht. Das Problem ist... Ich konnte nicht auf die zielen, wo die nicht schwer waren. Da, also... Da hab ich zwar geschossen, aber... Ist nichts passiert. Warte mal da oben rein. Kommt nichts mehr. Ah. Das Stück... Ja, ja. Perfekt doch. Oh, schon, ne? So. Jetzt, wenn dort noch was rauskommt. Guck mal, die Eichel hat Arme. Ist dort hinten eine Rieseneichel mit Arm ausgebrochen? Wo wir letzte Folge rein sind. Oh, das schubbt uns nicht. Das ist ja wie Frankensteins Gruselkabinett hier. Ich glaube übrigens, dass ich nach diesem Spiel die Natur mit anderen Augen sehen werde. Ich werde auch meinen Staubsauger mit anderen Augen sehen. Sei gut zu deinen Haushaltsgeräten. So, was haben wir denn hier? Hier ist eine Zugbrücke. Hier müssen wir, glaube ich... Hier müssen wir, glaube ich... Ja, wir müssen da rüber. Warte mal. Warte mal. Ah, Idee, Idee, Idee. Komm mal runter. Komm mal hier. Schieß mal da in den Ofen. Da rein. So, warte. Warte, was passiert hier? Ah. Okay. Reinschießen und dann musst du drauf. Und dann kannst du von unten in das obere noch reinschießen? Ja. Ah, da muss ich jetzt schnell sein, dass ich... Okay, oder? So. Ja, okay. Ich bin drüben. Sehr gut. Kann hier aber... Hä? Was ist das? Ah, da kann ich draufstehen. Ah. Leg eine Spur. Um die Ecke rum. Diesen... Diesen... Ah. Warte, warte, warte. Hä, das ist aber nicht liegen geblieben. Du musst an der Wand lagen. Die ist gelb. Ach so. Funktioniert's? Warte. Yo. Hatte die Klappe. Juhu. Ja. So, warte. Das ist los, glaube ich. Uh. Huh. Sieht aus, als hätte ich hier ganz viele... Ameisen-Hamburten. Ja, aber das können ja noch nicht alle Wespen gewesen sein. Wo bin ich denn jetzt hier landet? Wo hier oben? Ah, okay, ich bin hier. Ja. Was hast du denn entdeckt? Ich hab was entdeckt. Wow, ich bin in die falsche Richtung gesprungen. Hä? Controller? Kannst du bitte... Hä? Was ist... Robert, grad nicht mehr. Hopp. Hm. Oh, Tau 10. Na, da freu ich mich ja drauf. Ja. Seid... Gedrückt halten oder schnell drücken? Schnell drücken. Scheiße. Oh, Scheiße. Kann das nicht. Hab keinen guten Triggerfinger. Äh. 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 Du hast keinen guten Triggerfinger? Das erzählst du? Ernsthaft? Ich hab einen Krampf im Daumen, gefühlt. Geht noch. Hab ich aber... Ich werd's so ablosen mal wieder. Drückst du mit dem Daumen oder cheatest du? Ja. Wie soll ich denn cheatest du? Na, einfach mit dem Zeigefinger. Jetzt mach ich das nochmal mit dem Zeigefinger. Ich hab mit dem Daumen gedrückt tatsächlich gerade. Ja, guck mal, du bist barfuss. Nicht mal. Entschuldigung, YouTube. Ich brauch was Süßes gerade. So. Will ich das auch mal mit dem Zeigefinger machen? Nein, das ist unfair. Ich will auch gar nicht gewinnen. Oh, dann mach ich nochmal mit dem Daumen. Das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt unbedingt besser bin. Ah. Aber ich hab genauso gedrückt, wie gerade eben auch. Ja, unentschieden. Damit bin ich zufrieden. Gut. Hey! Ja, tanz für mich. So. Oh, ein Fußball. Oh, das sieht irgendwie hier nach Falle aus, oder? Oh, das ist so. Guckt euch das an! Man kann die Kamera leider nicht drehen. Nee. Man kann hier aber auch nicht runterfallen. Du kannst nicht nach links und rechts. Stimmt. Hey, warum hast du das gesagt? Hier kann man voll runterfallen. Man muss voll gut aufpassen, wie man läuft. Ja, wir sind halt Vollgie-Pros, also. Irgendwie sieht das hier so, ist so verdächtig ruhig irgendwie. Ja. Wo sind wir denn jetzt? In einer Mine. Das ist wieder so eine... Diese Eicheln immer in diesen... Gläsern? Ja, das ist creepy, oder? Oder da oben... Was ist das da oben? Ah, das sind solche Wagen. Wagen. Wieder rumfahren. Lorn, oder? Wie heißen die? Ja, genau. So heißen die. Ich bin nur nicht drauf gekommen. Hallo? Oh, oh. Mensch, versprung ich über die. Konzentration. Oh ja, Subway Surfer. Hey, das Spiel hat nicht ver... Arsch. Au, mich auch. Oh. Hey. Ich bin vor einem Wagen. Ich konnte nicht rüber, da war ein Wagen. Ja, ich bin auch runtergefallen, weil... Äh. Wo muss ich hin? Nein, warum? Ist das... Nein. Nein. Ach, du Kacke. Das ist gar nicht mal so leicht, also. Hast du mich abgeschossen? Nein. Nein, hab ich nicht. Nein. Ich hab's auch nicht versucht, nein. Nein. Sagste. Oh, wir sind jetzt hier. Das sieht irgendwie nach Bosskampf aus. Ich kann mir nicht helfen. Ich würde die Eichel mit euch sein. Okay. Du musst... Soll ich überall was dran machen? Ja. Ich glaube. Ah, okay, ja. Ah, nee. Warte mal, mach mal oben rechts das noch weg. Ich muss immer dann oben... ...neues Gewicht dran machen. Und ich muss dann... ...das Abschießen unten. Ja. Oh, es reicht schon. Eins ist auf, oder? Äh. 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 Ey, warte, Leute. Übertreibt mal dich. Das ist unfair. Ja. 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 Die ist mal. Komm, komm doch mal. Ich bin da. Ja. Das ist gut. Ja. Ja. kriege. Ja. Hier sind zwei. Sehr gut. Jetzt müssen wir weitermachen. Also da kommen noch... Eine ist noch, warte. Also da werden jetzt Wellen kommen. Ich glaube für jedes... Ich glaube für jedes geöffnete Ding jetzt wird so ein Schwarm kommen. Ja. Ich brauche mehr Schokoplätzchen. Ich brauche mehr Nerven. Genau. Dann gehe ich schon mal weg. Mhm. Also Leute, ich kann euch nur empfehlen, guckt den Kampf gern bei Susi, die da nicht so dieses Geflacke auf dem Boden hat. Ach Susi, was zur Hölle? Bei ihr seht ihr ja das gleiche. Ich wohne so zum Kaffee des Erdes! Mein König will nicht kaffee! Äh... Ja? Äh, hörst du mal auf mich anzugreifen? Ah! Wir müssen dreimal ausweichen und dann... Du musst warten. Sie greift dreimal an und dann ist sie erschöpft. Dann kannst du glaube ich schießen. Ja. Ja. Ah! Das ist... Ah! Gab sie, oder? Ja. Ja. Jetzt. Ja! Jetzt geht sie wieder auf mich. Oh, die wird schneller, oder? Das ist so blöd, dass ich nicht inzwischen durch auf sie schießen kann. Ich treffe nicht! Auto-Fog, Auto-Aim! Jetzt nicht. Einmal noch. Oh, Gott. Wir haben gerade einen Bosskampf, quasi. Warte, Sekunde. Oh, mein Gott. Das war's schon. Okay. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Sekunde. Sorry. Ich bin wieder da. Bettina mich? Ja, ja. Doch, ja. So. So, Entschuldigung. Ähm. We are searching for them, Supreme Wasp Queen. Search harder. Bring them to me. Dead or alive. Yes, Supreme Wolf Queen! Das ist eine Frau schrecklich. Keine Angst, es ist nur ein Quirrell in einem Robot. Ja, ein sehr großem Robot. Er versucht uns zu töten. Vielleicht sollten wir nur zurückkommen. Bist du schickst es? Nein, nein, nein. Wir haben nur, wie gesagt, die... Die Premise. Ich denke, du bist gefährlich. Nein, nein, wir sind nur scouting, vorbereitet für die Mission. Ja, genau. Preparation ist wichtig. Gut, aber remember, collaboration ist auch wichtig. Das ist eine sehr gefährliche Operation. Danke für uns zu erzählen. Du bist willkommen, ey? Hey, gott! You done? Nein. Das ist dein Kunde, ey. Warum haben wir die jetzt nicht abgeschossen? Ich weiß nicht. Was hast du da eigentlich für eine Waffe? Dieser Aufsatz, den du da drauf hast, was ist das? Das kenne ich irgendwo her. Eine Kunde. Ah, das ist so ein Deckel von so einer Flasche, von so einer Trinkflasche, oder? Ja, genau. So ein... Okay. Okay, also wir müssen da oben rein. Ja. Okay. Wo kommen die Lichter hierher? Weiß nicht. Und ist das jetzt hier eigentlich noch Eichhörnchen-Gebiet, oder ist das eigentlich Westen-Gebiet? Äh. 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 Na dann, hau mal rein. Wieso ziehst du denn nicht? Ich zieh. Okay, los. Wir müssen das Nest, glaube ich, dann kaputt machen. Uah. Kannst du aufs Nest schießen? Ja. Ui. Oh, hier kommen noch mehr. Oh, was ist... Äh. Äh. Das sind wahrscheinlich mehrere. Okay. Ich glaube, wir müssen hier einfach gucken, dass wir durchgerannt kommen. Ja. Ich glaube, wir müssen einfach... Oh Gott. Ja, hier sind noch zwei Nester. Äh. Links oder rechts? Links bin ich. Ah! Hier ist... Wenn mir war so eine Made. Äh, bei mir auch. Aua. Aua. Aua, die explodieren. Hammer! Achtung. Von rechts. Aua. Ja, ja, warte. Ich kann dem Springen nicht zielen. Scheiße. Wieso musst du denn jetzt nachladen? Oh Gott. Aua. Okay. Hier sind welche. Pass auf. Linken. Geh bei mir. Aua. 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 Das sind jetzt noch mehr. What the fuck. Das war mal eine blöde Frage. Ja? Macht nicht eigentlich nur die Bienenkönigin die Babys? Also... Die hat Spaß doch. Aber wenn die Bienenkönigin ein Roboter ist, wie geht das dann? Ah! Ich bin... Nein, ich bin eine Mane. Okay, das war's, glaube ich. Ja. Alter. Also ich bin jetzt Biologie nicht so hundertprozentig, aber können auch andere Wespen Kinder kriegen? Weiß nicht. Ich sag mal, das macht nur die Königin kann halt so Lachen legen. Wo sind wir denn jetzt? Ah, schön! Also im Prinzip schön, aber was ist das hier? Oh Gott. Da unten summt's. Alter, da sind die alle drin. Ich glaub, wir müssen dort rein, oder? Nee, oder? Ich glaub, wir müssen da hoch. Uäh! Bin ich da rein? Aber wo willst du hoch? Guck mal, kannst du hier ranschießen irgendwie? Oh, da sind... Warte mal. Okay, also das kam schon mal runter. Kannst du... Guck mal, an den Gläsern ist so Zeug dran oben. Kannst du... Kommst du da irgendwie ran? Oben hier so? An dieses... Da? Ganz oben? Ja. Okay, das macht... Oh, oh, oh. Ja, wo kommt denn die her? Okay, kannst du das noch schnell... zumachen? Da ist noch eins, da oben. Oh Gott. Oh. Was hat denn die an? Ich hab sie schon eingeseifft. Hab getroffen. Sie will mich. Guck mal. Ja, ja, ich muss das mal... Ich muss das ziehen können. Aua. Was ist die denn? Sehen sie mich? Bei mir. Aua. Oh nein. Ich hab sie eingeseift. Ja, das ist so. So will ich. Aua. Aua. Oh, dieses komische Zeug, Mann. Oh nein. Oh nein. Ach scheinbar. Mist. Schlecht. Nochmal alles von vorne. Ja. Einmal die Dinger hier zu machen. Wählt das hier noch? Oh. Oh, diese Leute können uns nicht zuhören. Oh. Oben ist eingeseifft, falls du oben rankommst. Ist hier nur die eine draußen. Oh, oh. Das ist jetzt doof. Sollen wir die eine hier auch drauf? No, 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 no. We don't want to fight. 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 Here? Hier gehen wir nicht. Au. Das ist gemein. Jetzt haben wir zwei Bienen hier draußen. Hast du die kleine vielleicht? Danke. Alter, viel jetzt halt. Meine Fresse. Hast du sie getroffen? Nein. Die blöde Nachlade. Das heilt. Das macht super. Jawohl, die sind wieder tot. Das gibt's doch nicht. Man sieht ja auf dem Boden, wo ihre grünen Dinger hinkriegen. Ja, ja. 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 Das Problem ist, wenn die nicht richtig eingeseift ist, dann zählt der nicht auf die. Ja. 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 Wir müssen von hier hinten, glaube ich, auf die Flasche. Ja. Und dann darüber. Ja. 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 Wir haben aber schon wieder ganz schön viel Zeit verbracht. ein Stückchen schaffen wir es noch, oder? Ja. Ein Stückchen schaffen wir noch. Wir haben ja gesagt, so eine halbe Stunde. so eineENDe hier, B셨chenbecken, oder? Ja, das war's. Ja. Alles ist in der department. Ohhhhhhh. Der inward immer. Warte mal. das das ding ist ein so oder hat es war noch eins mit dem selbstauslöser hinstellen die bilder irgendwo angucken vielleicht brauchen wir das auch für die story also nicht für später hier ist noch eins müssen wir drei machen und eins haben wir ja vom anfang von mir ach stimmt da liegt noch eins wir haben eins von dir eins von mir und eins von uns beiden ja jetzt haben wir schon wieder also ich weiß halt nicht was jetzt passiert wenn wir weitergehen nicht aber ist cool ich glaube wenn wir jetzt weitergehen dann haben wir zum boss ja ich würde sagen wir nehmen uns auf oder für nächste folge wir haben jetzt ja schon wieder eine gute halbe stunde rumgebracht hihihi sieht so krass aus oder ja alter falter aber ja dieses spiel ist so gut einfach es ist einfach so gut feiert das boop boop oh herrlich genau aber für heute ist Schluss genau man soll aufhören wenn es am schönsten ist deswegen machen wir jetzt Schluss für heute wir machen jetzt glaube ich auch dem ganze Schluss für heute und wir hoffen einfach mal dass es in der nächsten Aufnahme in der nächsten Aufnahmesession dass dieser Grafik bug bei dir einfach weg ist ja ich hoffe auch ich weiß nicht woran es liegt aber wie gesagt ansonsten guckt ihr es einfach bei Susi da seht ihr exakt das gleiche wie bei mir und da habt ihr dann halt nicht dieses ja aber es ist trotzdem blöd ja ich versuche immer wenn ich diesen bug habe dass ich meine kamera ein bisschen wegdrehe dass man den boden nicht so sieht aber dieses geflacker ist halt echt nervig naja gut ja aber wir hoffen einfach mal das beste für die nächste Aufnahme richtig also youtube haut rein macht's gut bis bald tschüss also bis bald also für uns bis bald äh für euch bis bald tschüss tschüss